Ja, dann bin ich bereit, bereit, für die zweite Folge. Genau. So, Realismusmodus? Nee, das bestimmt nicht. Das Flussufer. Ja, dann bin ich mal gespannt, ich freue mich, Alter. So, das ist alles eingestellt. Ich guck mal, wie viele Kapitel das hat. Drei. Das ist das zweite Kapitel. Das Flussufer. Danach kommt im Untergrund. Dann der Hafen. So, das ist los, Ufer. Rück. Jawoll. Ich habe es in Left 4 Dead noch nie wirklich durchgespielt, glaube ich. Eigentlich immer noch das erste Kapitel mit dem Auto. Ja, im Summer Sale schön gleich startet die Folge. Hallo, meine lieben Freunde. Heute ist zur zweiten Folge, seid ihr am Start. Sehr gut. Grüß geht raus an meine neuen Abonnenten. Freut mich sehr, dass mein Kanal euch gefallen tut. Ich lasse euch teilhaben, was ich mit meinen Freunden hier zocke. Mit meinem besten Freund hier ticken. Oder Buddy. Und wir sind jetzt in der zweiten Kampagne. Und wir sind jetzt in der zweiten Kampagne. Donner-Buddies. In dem zweiten Kapitel. Die Brücke. Und genau das werden wir jetzt zocken. Der Charakter, den lasse ich drin. Wir spielen übrigens ein Exklusiv-Spiel für Freunde. Ja, ne? Genau. Das ist immer noch exklusiv und das soll auch so bleiben. Weil das ist ein Teamspiel und die anderen sind auch gut. Also die können nicht heilen. Ich bin sehr gut programmiert. Die KI. Ja. Dann würde ich sagen, meine lieben Freunde, legen wir los. Ähm. Ba-bam. Die DLCs hole ich mir im Summer Seal, meine lieben Freunde. Und dann können wir noch, noch mehr genießen. Ich glaube, es sind 13, 14 Kapitel. Großes Buch ist das. Und ein schönes neues Bild hier. Nobody survives forever. Geil. Ja, die Brücke. Auch für Überlebende geht irgendwann das Licht aus. Irgendwann schon, ja. Nichts ist für die Ewigkeit. Midnight Wild Ass. Ladezeiten. Fantana. Äh. Voll. Und uns sind alles, ähm. Hier das Auto, Alter. Ah, irgendein Klimmes ist das. Zu Anfang kann ich immer nur eine Waffe nehmen. Ah, die geile Karre hier, Alter. Oh, die sind durch Zombies durchgefahren. Auf dem Motorhaube ist Blut, Alter. Aber die Sounds sind ja so geil, Alter. Das Brasselt, der Regen, Alter. Nice. Gehen wir los. Wieso redet er aber mal Englisch? Die soll Deutsch reden. Weiß ich auch nicht. Nö. Das ist mir aber auch gerade aufgefallen. Ach, sauer, wenn er hier. Ja, die werden. Obischerweise jetzt Englisch. Ja, fuck. Boah, ich hab noch einen Sturm zieht auf hier, du. Ja, aber wie? Ich hab nur 13 Schuss, Alter. Oh, Knüppel. Ich hab auch einen Knüppel. Auf dem Bug, weil der ganze Anfang kann, wenn du dann wieder nur eine Waffe nehmen und einen Knüppel. Alter, was ist denn hier los? So, ich hab mal 13 Schuss, wenn ich nichts gemacht habe. Ich muss einen Knüppel finden. Hey. 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 Hey, Kugeln hier. Just survive, Alter. Ist hier eine Waffe? Da ist das hier in der Waffe. Oh, die Shotgun. Die hab ich gebraucht. Die ist meine. Das ist das. Jawohl. Jawohl. Hey, liebe Freunde. Was ist das hier? Oh, nee, wir wollen nicht. Ah. Wie willst? Nice. Ah, ist gut. Geht's hier weiter? Nee, ist nicht schlecht. Oi, oi, oi. Hallo. Oh, ho, ho, ho. Nicht darauf schießen, Mensch. Hatten wir es nicht von dir. Boah, Alter. Boah, schloch. Komm schon. Boah, der haut in die Oben, Alter. Oh, die stehen genau im Schuss, Alter. Mach Hilfe. Mach es schon. Hey, hilf mir schon. Ja, das brauch ich auch. Ja, dass das nicht auf Deutsch ist. Egal. Das soll uns nicht stören, meine lieben Freunde. Man muss sicher gehen hier. Hm, Pilz. Werner kreischt hier noch? Hier? Oh, Pillen. Ja, wunderbar. Hier nehme ich schon mal die Pillen. Pillen? Ja, danke. Dann nehmen wir nochmal neue Pillen. Wunderbar, das werden wir überhaupt brauchen. Oh, die springt auf mich rauf. Ja, nee, Alter. So, was machst du denn hier? Oh, der hat eine Fiskon da am Hals. Hm? Gut. Was gibt's denn noch eine Arzne? Sogar hier im Gebäude. Hör mal in den Regen nach. Ralph ist echt geil. Das brauchen wir nicht. Haben wir genug? Jawohl. Ha, der da oben in der Zunge? Da oben ist er, ja. Das ist mal, worüber war. Irgendwann müssen wir dafür sagen, der auf Englisch. Wie soll man denn da hoch? Da bist du. Stellt sich auch genau den Weg hin. Ey, es bleibt mir doch auch noch einer auf den Kopf hier. Scheiße, Alter. Oh, du bist aber ordentlich. Äh, äh, naja, die verrat sind. Das ist gut. Jo, dann lassen wir hier aber weiter. Hier nochmal eine Pille. Grand Killer. Super. So, Robin Hood, da bist du ja, meine lieben Freunde, der steht auch jeden Tag hier auf dem Tisch, ne? Also so muss es auch sein. Wir können uns hier. Das brauchen wir. Hey. So. Zack. Vorsicht, einhören. Der bloß liegt hier am Alarmalager nach Hause geht, das geht mir gar nicht, Alter. Und hier schön. Ruf durchkommen. So, die Apartments durch. Ja. Oh, jetzt habe ich keinen Knüppel mehr, hatte ich überhaupt einen Knüppel? Ja, hatte ich nicht. Okay, geh upstairs. Kann ich jetzt wieder die Pump-Action ausrüsten? Na, komm. Nein. Oh. Ich will jetzt keinen Verbandsort nehmen. So, jetzt geht's. So, jetzt geht's. Ja, wunderbar. Ich will die Pump-Action aus. Ich schieße die Scheiße hier leer. Ja, das in einem Pad ist nicht, und ich habe das Bohren versucht zu überlegen, das hat nicht geklappt. Nein, ich will mich... Ja, okay, dann nimm dir das blöde Verbandszeug, mein Gott. So, ich glaube, da hinten sollen wir ja rüber, kommen wir hier rüber? Nee. Ja, aber hier sind wir auch noch, glaube ich, ja. Genau. Boah, das ist aber aus der Luft geflogen, Alter. Ne, beleuchtet das hier am Baum, Alter. Double kill. Boah, was war das denn hier, Alter? Wann in der Schwarzwald? Oh, ne, wie der nächste, ne? Bitch. Das ist es. Ah, ah. Ist der Radio? Klar, Party. Ach, hier ist das Radio. Hahaha. Hey. Das ist ein Glaser, Alter. Boah, da ist die Spritze, Alter. Boah, da ist die Spritze. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Dein der Fick! Boah, das ist hier. Ah, das war ... 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 Okay. Safehouse! Wo? So. Da braucht man noch eine neue Position hier. Gut. Safehouse, ne? Ja. Ja. Rrrr. Jawoll. Rein. Können wir rausgucken. Ne, die Knurren kann auch noch. Ne, die kannst du auch jetzt nehmen. Ist ganz gut für einen Nahkampf. Ganz schlechter. Nahtwerfer, ja. Brand Munition. Brand Munition. Brand Munition. Das ist eine bessere Schrotplinte hier. Komm her. Ich glaube, die ist besser. Ich glaube, die ist besser. Für Munition. Aber die kann nur rechts die Reserve nehmen. Das ist wenig. Aber ... Müssen wir uns mit zufrieden geben, meine lieben Freunde. Ach, hier ist ... Ist das eine Katana? Doch. Das nehme ich auch noch. Jawoll. Boah, jetzt sind wir gut ausgerüstet. Das lossteht. Zack. Ah, hier, hier. Seht ihr das? schmeckt auch nicht den hier ja danke du mal auch noch dass sie oder oder ich komme mach du das wunderbar behalte ich doch gleich bestimmt noch mal das hier im club wo ist denn der türsteher hier sind wir auch im club hier beziehen da nimmst du auch eine shotgun taktische katana das war ich was das nehmen wir oder die monitor an der wand macht das sind die midnight war das ja nicht danke das ist nix das ist ja quatsch hier so müssen wir wollen das dann wenn ich wieder zurücklaufen hier ich muss mir hier in das nieder und klub wir jetzt runter das rohr durch ja Was ist denn der Bagger hier? Katerpiller 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 Bagger Eine Schlapp Das ist dein Ausgüpp, Nick Katerpiller 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 Schottana ist mir wirklich richtig gut, Alter. So. Hier los, Alter. Boah, wenn nicht. Jawoll. Reload. Gut. Dass es das nicht immer für zwei gibt oder so, dass immer nur ein Ventil da ist. Das ist ein bisschen wie, Alter. Das ist ein bisschen wie, Alter. Wie macht es? Oh. Oh. Das ist in der Jaspah. Der Jaspah. Oh, Likes are wrong. One on the right, Likes. Fischer, glaube ich. Jetzt kommt der Kleine hier auch noch, so? Na, aber... Mal sehen, was hier drin los ist. Was ist das hier? Oh geil, Pink. Das ist gut. Wenn ich die Waffen hier nicht wechseln... Kann ich einfach nicht. Mann, ich will die Pillen jetzt nicht nehmen. Ja, nimm sie noch mal. Ey, man freut an Ruhe, du hast noch. Ja, der hat gelohnt vom dunklen Nick. Ach, hier, der Rest ist für Frauen. Hier ist für Männer. Hm? Kann ich ein Spiel hier angucken? Nö. Zu der Zeit noch nicht. Alles klar. Was sind hier Bilder an der Wand? Mocha? Hm? Oh. Oh. Ich könnte bestimmt das jetzt ändern. Mausrat? Ne, das geht auch nicht. Es ist ein Spiel. Okay. Ja, da. Und dann in die Schatten. Bist dubro! Ich werde die Schatten, und dann! Die Schatten. Eine Schatten. Oh, du kratzt, ja. Hint doch durch, oder? Ja. Ein Pornokriller, oder was ist das hier, Mensch? Ja, das ist eigentlich nicht ein Pornokriller. Aber ich habe das hier, die Dich. Es ist besser. Es ist ein Förster A-Kind. Ich habe da einen Kloembruch. Ich habe da einen Kloembruch. Ich habe da einen Kloembruch. Ja, das ist das. Es ist richtig gut. Einschnehm! Oh, der geht sicher! Oh, der wird er schnell! Er ist bloß, der ist losartig. Läckkappe, ja. Scheiße! Ich habe ihn gerade angekotet. Ich bin jetzt mehr hier. So. Oh! Äh! Äh! Wo im Bett bist du hier, was? Verruhe hier im Karton. Arschlo. So. Heißwasser, ja. Geht bitte der Scheiße. Ich dachte mir, wo kommen wir denn hin? Ja. Im Untergrund hier. Das stinkt, ey. Das stinkt mir aber hier total, du. Ach, so ein Schutzraum, da hinten ist er. Ach, nö. Noch einer. Boah. Nicht hoch, nicht hoch. Ich weiß nicht. Gut. Ja, du hättest gar nicht Alarm hier. Ich dachte, wir kommen in den Schutzraum. Oh, jetzt sind die Missionen, ey. Geil. Das brauchen wir, ey. Oh, scheiße. Ich bin nicht rüber. Oh, nein! Nee, kommst du nicht rüber. Du auch? Ja, da kommst du nicht rüber. Das ist fremdlich. Das ist von jetzt. Und jetzt? Also, es ist die. Ich bin nicht rüber. Ich bin nicht geflült. Und jetzt... Wir arbeiten jetzt die. Das ist die. Wir arbeiten sonst außen. Nee, ich bin nicht rüber. Das ist die. Und hier ist der deutsche Kisteile. Das ist auf der Seite. jetzt mal noch alarm an er er hat mit der zunge von 1 los auf weiterkommen werden sie noch überrat fuck, die dunkeln hier, wir sind sehr bekloppt ich weiß die aber, mal lieber wann komm ich denn hier hoch, hätten die drüber durch?? hier ist eine treppe hier drüben da wo der Coach ist hier ja Bauer ist jetzt noch etwas leer gefossen hier. Das will ich dann mal schön durch. Dann verfall ich sie auf jeden Fall nicht in die Scheiße da runter. Ich glaube, Elias stirbt, ich weiß es nicht. Nee, die hat noch wenig Lebensmittel. Elias ist am Start. Ich kann ja das Platanerlehrer nicht auswählen. Mal stopiere hier. Wunderbar. Immer weiter. Da gehts durch, gell? Mach an die Scheiße rein hier. Da muss ich stehen. Das ist nett. Warum machen wir mal keine Platte? Das hier gerade machen. Ich würde es sagen, er liegt ein guter Zeit. Na gut. Na gut. Na gut. Na gut. Aufwärts. Na gut. Aufwärts. Na gut. Da muss ich selber fast kotzen, Alter. Die nerede? Aufwärtsum. Aufwärtsum! Aufwärtsumel. Aufwärtsumel. Syndrome. Aufwärtsumel. Ohah. Aufwärtsumel. Wie muss ein Erweissumel dann draufieren? Ich muss voll Oh Gott! Jawohl! Und auf 100 Schuss! Ich bin ein Passwort! Die Tür zu! Die Tür zu! Ja vor allem, wir holen uns da Munition und alles und dann kommen sie von hinten rein. Ich bin gespannt, was uns ganz am Schluss wieder für eine Präsentation kommt. In dem Auto, das war ja schon mal richtig geil. Was am Hafen los ist. Diese Scheiße, hier fließt ein Hafen rein doch. So. Okay, you know what? Don't need the reminder, Nick. Alright, I'm a nervous wreck over here. Oh, da ist die Super Shotgun. Die will ich haben. Nick, I don't think she's deaf, so she's not gonna... Oh, all better now. Genau. Cortana hab ich, aber ich kann's nicht ausrüsten. Als wenn der Knarrell der ist. Was denn? Wicht? Mausrad? So. Mausrad. Das macht er nicht. Das Pad aktiviert ist, den Giddy Maus noch. Ach so, weiß ich nicht, was du Waffenwechsel hast. Das Spiel ist mit dem Steam Controller besser zu spielen. Das kommt ja auch von Steam selber. Aber es ist egal. Geht dir auch alles noch. Alles in Ordnung. So. Mein lieben Freunde, wenn ihr noch dabei seid, was ich vorher beendet habe, wird euch besitzen, aber gar nichts geboten, Alter. Ja. Oh. Oh, ist das... Oh. Oh. Okay. Gut. Und los. Da ist der Benzin. Natürlich. Wir haben es geschafft. Francis hat gesagt, du wirst es nicht machen. Aber ich habe gesagt, ich hatte ein gutes Gefühl über dich. Danke. Woher kamst du von? Ich bin Louis. Meine Beine sind verabschiedet, aber ich kann trotzdem diese große Kugel schießen. Aber alles, was du tun musst, ist, füllen diesen Generator da unten. Aha. Oh, wie der Benzin. Super. Einen Kanister habe ich den schon hochgespissen. Alles egal. Ja. Wer liegt denn hier, Alter? Und das haben die wohl klar gemacht hier, ja? Oh, jetzt hatten sie ein blöses Déjà-vu hier. Mit dem letzten Kapitel in der ersten Folge. Ha? Ist der Generator hier? So aus, ja. Oh, nö, Alter. Oh, hier ist überall Verbandsmaterial, falls wir es immer brauchen. Hey, du dicke Arsch, du. Das habe ich nicht gesehen. Oh, ja. Hier ist Verbandszeug. Das sind 1, 2, 3, 4 Pakete. Na, Pilz habe ich auch. Ja, danke. Wer hat mir gegeben. Wunderbar. So, da hinten die ganzen Kanister. Da. Ja, da kannst du nachladen. Das ist auch gut. So. Gut, dann hole ich mal Kanister. Das hier, ne Jukebox. Hihihi. Schau mal böse Onkels an hier. So. Gas mich. Gas. So. 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 und 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 auch gar nicht 2 Kanister sind hier. Gut, da muss ich erstmal einen holen. Da oben ist noch mal ein Affen. Äh! Ey! Danke! Ey, ich weiß nicht, muss ich mich aufnehmen? Ja, jetzt habe ich jetzt den Rumpf. So, wo da hinten am Rumpf? Ey, du springst nicht auf mein Kopf! So. Ich weiß nicht, dass ich eine Show geboten bekomme, wenn wir... Oh nein! Jawoll! Na, ist es einer oder ist es zwei? Einer. Wir sind zwei. Bei mir ist nur einer gewesen. Ich habe gespannt, dass ich eine Show geboten bekomme, meine lieben Freunde. Äh, zum Schluss, wenn wir den ganzen Generator befüllt haben. Ist das ja noch gar nicht vorbei. Wir haben drei. Oh, das ist doch voll. Wir haben drei. Wir haben drei. Toten. Eiße Mann, ihr Arschlöcher. Egal, liegt mir irgendwie am Herzen. Auch nicht den großen hier. Was kommt denn hier aus? Lass mich abwicken. Nein, 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 nein. Helf mir mal. Oh shit. Ja, ich bin selber. Ich kann mir nicht helfen, der hat die Zunge über den Hals. Ich weiße, helf mir mal. Ach du brauchst auch Hilfe. Scheiße, wir sterben. Wir sterben. Der andere liegt. Ja, wir sterben. Das ist auch leichter. Ah, ätzend, Alter. Ja, das ist doch ein bisschen schöniger. Einer nimmt Kanister und die anderen helfen mir. Oh, gut. Das ist krank, der ja. Was meinest du, wie wir das jetzt machen sollen? Ja, einer nimmt Kanister und die anderen helfen mir. also am besten nie aufteilen ich weiß auch nicht warum die zwei bots da hinten waren aber der eine wurde ja gekrallt deswegen ist der andere bot zu den linken und bleiben jetzt immer zusammen wir machen das zusammen dann laufen die anderen auch uns hinterher geschützt dich wenn du den kanister hast das machen wir jetzt bei jedem kanister so wenn ich irgendwo alle alleine sind wir jetzt hier im team machen auch auch Oh! 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 Hat'n amit? Schord! Schord! Anahe! Schord! Schord! Schrocken! Bleibt gleich unten, ich komme da unten. Bleiben auch bei uns, unsere Freunde hier. Bissen wir uns Zeit nehmen. Ich bin bei uns. Die sind gesagt, ich werde zuerst das Eichen ein. Aja, ich bin gespannt. das schaffen wir schon vielleicht drei so eine großen kommen wie gerade die werden kommen jetzt würde ich mal schön durch großer kommt jetzt nicht mal ich bin ja ich bin auch sogar ein bisschen das müssen wir uns nicht noch mal hier laufen alles frei hier kommt wenn es nicht geht schmeißen halt weg und dann müssen wir schießen auch der kleine aber das ist der zungenwüchser, der ist der klein noch brauche ich kein medipit, die müssen uns auch ein bisschen aufsparen du brauchst eins, halt dich mal das ist ein großer irgendwo, da oben ist noch einer, ja da oben sind noch zwei, ich halte den rücken frei wie kommen wir da hin hier geht's rein, hier hoch, ja hier oben sind sie, komm, hast du bis hier defibrillator den brauchen wir zum heilen ja, den nehme ich mit, nimm du das medipit mit warte warte heil mich erstmal und einmal das heilen nämlich den defibrillator, hast du, ne? kannst du mich, äh, wiederbeleben falls irgendeiner stirbt, wir brauchen die Leute hier auch so 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 So, dann müssen wir einen hier liegen lassen. Ey, ey, ey. Fick dich. Fick dich, du Fickster, du. Du bist nicht am Arschlecken. Wo musst du das hin? Da. Wo ist der? Ach, hier ist er. Wo ist er? Wunderbar, ist weg. So. Heilen müssen wir uns nicht, das wäre Verschwendung. Also, hier rechts lang. Komm mal hier lang, genau. Den kannst du gleich nehmen und holen. Ich hole den von oben. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. ich brauche aber noch keine verpackt ist noch einer den hole ich mir die alleine schafft oa nein nein einfach beschützt hier alles nur kleine alles harmlos hast du hier geschnappt ja wunderbar ist das hier mit der zunge kommen so selbst schütten auch da gehen wir noch mal hier recht lang bist du da das mal wieder hinten hier in zwei holen wir uns hier hinter sind die glaube ich hier in der ecke das war gut großer großer ei ellis brauche hilfe ich habe sie gegenseitig hier stört da hinten ist in einer da hätten sie noch zwei dann müssen wir ganz wohl noch da hinten hin eine bringt uns hier nicht viel wir suchen mal die zwei jetzt nicht hoch ich war anders lang hier müssen wir hier 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 da hinten sind sie ahhh freut den Kopf ich kann die Chester nicht sehen dann ist das aber gleich wo sind sie hier da hinten im Gebäude hier oder? ja hier bist du hier komm so so meine Freunde das sieht sehr gut aus genießt die Show so zwei Stunden noch das machen wir trotzdem zusammen dann können wir uns mal heilen sind wir noch einer ich hab noch einen schreib mich mal so falls wir sterben nehmen wir jetzt wir brauchen hier dann noch einen hier ist für dich noch einer Verbandskasten hast du einen? du hast einen ja? ey und ich hab D fliegen ja so äh machen wir trotzdem zusammen besser ist das und das hier nicht abkacken ganz am Schluss so geht's so geht's hier hoch? ey hier geht's doch hoch hol den hol den anderen ich hab ihn schon interessant so ich hab ihn Errungenschaft freigeschaltet hier ist noch einer gewoll all die Freunde und jetzt genießt die Show jetzt ist das geil ah BAM den Letzten ah BAM oh ok die Brücke ah die Brücke wo ist die Brücke? da ja jetzt sehen wir sehen wir packen da oben sind sie ja oha schnell zum Rettungsfahrzeug wo ist das? ah nein so geht es verlangt schnell zum Rettungsfahrzeug so jetzt über die Brücke mit dem Auto hier ja geil helft dir mal lieber komm sonst nicht wir brauchen Hilfe komm 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 Kekker alle rumpelt ja hier die selber geh zu jetzt da oben ist einer mit der zu jawoll komm jawoll jawoll geil geil ja nicht schlecht als er selbst ja der der Gegner ist als er selbst oh verbrauchte Schmerzmittel hab ich am meisten ne ich hab auch 6 ne ich hab auch 6 was gemeinsam die in uns war auf Platz 1 natürlich die Puma letzter natürlich die Charger letzter natürlich die Jockeys letzter haha meine lieben Freunde lachen mich jetzt hier ihr könnt mit mir lachen aber nicht mich auslachen wenn ich mal Frauen tauschen eieieiei hab ich ja abgelost naja egal 1430 Zombies wurden bei dieser Film verletzt verletzt? ja hat ihr Leben noch oder was? ja verletzt das ist ja eine Filmproduktion die töten ja kein achso naja gut so meine lieben Freunde das war die Brücke das Boot die Brücke ja ja hat ein paar schöne Momente gehabt also aber da wird noch eine Menge bessere Sachen kommen also definitiv noch andere Gegner gehe ich mal stark von aus ich weiß es nicht äh werden wir sehen genau werden wir sehen in der nächsten Folge genau werdet ihr sehen wenn ihr Bock drauf habt ja wir können jetzt natürlich auch Kommentare da lassen die wir euch gerne beantworten bis dahin zur nächsten Folge ciao einsam sind wir stark runter runter von